Richter. Wenn hier jemand Richter, dann bin ich das. Und zwar endgültig. Runenkrieger, zu mir! Markus, was? Ach, Minutau, ich hab's eigentlich Markus gelesen. Markus Richter, wecke die nicht. Ich hab zwar jetzt keine Ahnung, wie das ist, aber was das ist. Vorsicht, Gegner! Ah, falsche Taste, scheiße. Ich hab mal wieder nicht gespeichert, soll ich öfters mal tun? Runenkrieger, zu mir! Oh oh. Das ist ein Hintergrund! Ich hau dann mal ab. Das sind mir jetzt doch ein bisschen zu viele. Die werden mich jetzt nicht ewig verfolgen, oder? Wenn doch, naja. Ich würde sie... Die Linien müssen halten! Ich würde mal den da... Und dann lauf! Lauf, Forest, lauf! Oh, die verfolgen mich echt hartnäckig jetzt. Schützen, Segnung, Standhaftigkeit... Was macht das jetzt alles, ne? Gute Frage, nächste Frage. Wir sterben! Verdammt, geht doch weg! Ich hab euch nichts getan! Das ist ja gut, ich hab ein paar eure Artgenossen getötet, aber das zählt ja jetzt wohl nicht. Nein, bitte! Was macht das? Oh, fuck! Und ich lauf da weg, bin ich gescheuert. Ich soll denn mal lesen, was das Einzelne macht, vielleicht. Mal wieder, nochmal, ich hab's schon mal gelesen, weil ich mich zu erinnern kann. Der läuft ein bisschen dumm rum. Die stehen ein bisschen dumm rum. Ich glaub, das ist Lisi jetzt gleich nochmal durch. Also, das... Eure Einheit... Okay. Das ist Magie da, das ist eine Einheit sich selbst. Ne, Moment. Schützen, Segnung, so. Nein. Nein. Kann man nicht entscheiden, so. Fast so gut. Weil das Design ein bisschen optimiert hier, ne? Ich bin gar nicht dumm. Schule der Alten. Was ist da noch hin? Da kommt ja noch mehr von dem... Boah, was zur Hölle? Geht weg! Kann ich doch nicht alle jetzt bezwingen. Also, denke ich, oder? Kann ich das? Ich werd's gleich herausrichten. Das wär's schön, wenn irgend so ein Zauber bereit werden würde. So ein bisschen schön wär das. Ich bin noch nicht mächtig genug. Was soll denn der Unsinn? Das Spiel backt schon wieder. So, erst mal eingetötet. Jetzt laufen wir ein bisschen weg, bis die Zauber endlich mal wieder einsatzbereit sind. Kann doch nur eine Minute oder so dauern. Ja, das ist mir grad'n Scheiß, ob das vollendet ist. Siehst du das? Ja, was sollen sie mich angreifen? Greifen sie meine Siedlung nicht an. Was weint ihr tun? Das geht jetzt mal so gar nicht, dass du mal Einheiten angreißt, ja? Moment, der glaubt mir eine Säge null an. Das geht ja noch viel weniger. Nicht, dass er dann mit Grosuch herfordert. Ja, verdammt. Ah, komm schon! Warum war denn die Zauber endlich mal wieder bereit? Da kommt noch mehr, fick dich. Verdammt! Ah, das ist der Falsche, den brauch ich grad gar nicht. Moment, ich kann auch Heilerinnen bauen. Oh, mir war fünf Heilerinnen. Ich brauch Heilung, verdammt! Die hacken mir sonst mal die ganze Siedlung klein. Oh ja. So, jawohl, das ist Stress, ja? Stauze jetzt. Ich räume hier grad auf, Mann. Danach brauchen wir wieder ewig die Arbeiterinnen. Kommt schon, hört auf, meine Leute anzugreifen. Mann, Mann, Mann. Bin ich denn? Da bin ich. Okay, ich muss jetzt einen Haufen Leute bei Förster reinstecken. Nein, ab in den Förster. Und einen da rein. Und wo muss ich denn noch einen reinstecken? Linkswo. Wohin soll ich nicht gleich Heiler geworden? Ich höre. Ja. Ne, Moment, ich muss das so. Was soll ich tun? Okay, falls ich befehle. So. Jetzt gehe ich da mal aufräumen, ey. Es reicht. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, nochmal fünf Heilerinnen und fünf Windschützinnen. Äh, ist hier wieder alles voll dann? Hä, ich hab doch hier Förster hingestickt. Soll nicht, der funktioniert schon wieder, schau. Ich gehe auch ein wenig nach hinten. Ich muss mich das mal tun, ja. Dafür seid ihr nicht gemacht. Aber ihr lauft natürlich trotzdem immer wieder rein. Felden Dämmen, wie ihr seid, so. Jetzt wird es langsam mal Zeit, hier mal aufzuräumen. Da liegt schon wieder einer, aber glaubt es nicht. So, wir haben hier noch Eismarkierin. Hm, Frankierin mit Langbogen, aber die hat diesen coolen Effekt nicht. Mit Doppeldingern, deswegen ist er nicht so toll. Also ist jetzt meine Meinung. So, jetzt räumen wir hier mal auf. Eisschlag schädigt Feinde. Könnten wir auch mal fünf bauen, sechsten. Die sind ja recht günstig, von daher. So, was können wir noch bauen? Noch irgendwas aufrüsten, verbessern? Na, wenn ich einen Haufen Lenya habe, vielleicht. Was muss ich denn noch bauen? Ich brauche noch ein Eisenlager. Das kostet aber jetzt so viel Holz. Gut, das kann sie jetzt ansammeln, während ich hier oben mal alles platt mache. Ich werde es bereuen, dass sie sich mit mir angelegt haben. Ob mein Lager beschädigt haben und existieren. Das werden sie alle bereuen. Ich soll ja zwar nicht mit angreifen, aber naja. Ist halt wohl so blöd, um das zu kapieren. So, ich habe kein Eisen. Ist nicht so toll. Aber ich will eh noch fünf Bogenschütze hinbauen, dann geht das schon. Und dann ist erst wieder Spahn angesagt. Ja, hab ich gesagt, da soll ich wieder dahinter laufen, oder was? Blöde sei denn ihr. Und tschüss. Was ist in Windeseile? Tja, scheinbar haben sie alles in meinem... Oh. Ach, sie haben eine Stufe 5. Ein Moment lang habe ich mir echt Sorgen gemacht. Die könnten mir irgendwas anhaben. Aber das hat sich hiermit wohl erledigt. Oder ist man hier oben rum noch? Oder muss ich? Nee, muss ich nicht. Ich gehe erst mal hier unten rum. Sieht doch schon mal ganz gut aus, dass ich hier aufziehe. Ach, so teuer. Oh, wir sterben. Na ja. Box den in dich um. Kann doch nicht so schwer sein. So, die haben wirklich alle nur so... Ach, ist ja lächerlich. Ich komme euch zu holen. Ja. Die können wir nicht entgegensetzen. Das Zarge, diese elendigen... Ah, was suche ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ah, ist er Röhrling schräg? Guck mal, ist er Röhrling. Schön, wie oft die den weißen Röhrling haben. Das ist ein Hinterhals. Geht noch ein Beck hier. Er steht im Weg. Ich soll doch nur heilen. Ach, ist halt so beschränkt. Schlimm, 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 schlimm. Eisenlager, sonst brauche ich hier nichts mehr, habe ich gesagt. Nein. Eisenlager, wo brauche ich das denn noch hin? Passt, perfekt. Wie dafür gemacht. So, wir gehen weiter. Hier geht mal ein Stück nach hinten. Oder auch nicht. Was weiß ich schon. Ich muss die alle niederwunder herpasst. Oh Gott, das Gebiet ist ja noch riesig. Ich hoffe, ich kann da noch mal irgendeinen Seelenstein. Ob ich zwischendurch mal das Monument der Zwerge schnell und günstig aktivieren kann. Da habe ich noch neue Heiler-Konze. Töte doch auch noch jemanden. Lass doch nicht alle töten. Ach, ist jetzt so ein Pfeifen. Das war jetzt Heilerin, ne? Ja. Alles muss ich hier selbst machen. Ich werde selber nix einäschern, komm. Der ist tot. Woll ich mal erwähnen. Schon eben bei. Vielleicht habt ihr sie nicht erkannt. Das ist gleich fertig. Dann könnte ich theoretisch Zeug bauen, wenn ich Eisen hätte. Das Werk ist vollendet. Was ich aber nicht habe. Okay. Aber ich könnte die 16 mal nutzen. Und ach du Scheiße. Ich glaube, ich brauche noch so einen Meisterholzfäller. Kann ich den noch irgendwo hinbauen? Das ist ja noch an die... Die forsten gut auf. So, jetzt komme ich nicht mal an die Beeren ran, verdammt. Mist, da wurde noch ein Haufen Beeren. Die schicke ich mal weiter. Untersuche den mal. Komm. Wenn wir noch so einen Album vertreten zu trocken schauen, wo man erscheinlich nicht bekommen zu sein. Zum Glück hat es noch nicht verdaut. Und ich konnte es ihm doch aus dem Magen herausschneiden. Ich brauche da mal wieder drei Heilerinnen. Das sieht man nicht, wenn die von einem Wolf angegriffen werden. Ich habe nur vier bisher. Ich brauche aber mehr. Ich brauche mehr. 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 Ich brauche das Heldmonument. Das sehe ich jetzt erst. Und ich sage, wir laufen nochmal zurück. Was sagt man es denn niemals, dass es da oben steht? Na ja, ignorieren wir einfach. Und ihr lauft dahin, dann könnt ihr mich gleich heilen. Perfekt. So, mehr fressen. Jetzt holst du mal den Wald hier ab. Komm, der Sächer da kommt doch gar nicht hinterher. Der, die Sächer kommt doch gar nicht hinterher. Ach, was wollt ihr denn schon wieder? Kommt. Ihr habt doch eh nichts drauf. Ich bin einfach der beste Mann. So ein bisschen, ne? Die Tante-Helfen bauen wir einfach mal. Wir haben es ja. Ihr müsst euch natürlich wieder voll reinhängen, ne? Hey, die greifen mich mal wieder an. Die wollen mich zermalmen. Ich brauche dieses Kack-Monumenta-U. Ich sage gleich dreimal einfacher. Und dann hole ich mir die Zwerge noch und dann geht es richtig rund hier. Wir werden angegriffen. Vielleicht geht es auch eckig. Ha, ha, ha. Hä? Achso, das war ein Zauber. Okay, passt. Alles in Ordnung. Alles ist gut. Alles ist gut. Wo geht es denn da hin? Kann ich inzwischen noch einen neuen? Vermutlich erst ab Level 15 oder so. Oder so. Jetzt laufen wir schon wieder vorbei. Ignoriert mich nicht. Ich habe noch Aufmerksamkeitsdefizit zum Throm. Ich brauche Aufmerksamkeit. Moment, ich hoffe, dass ich das verwechseln. Wenn ich so nichts drauf habe, dann lasst es doch hier anzugreifen. Ich habe noch mehr Röhrlinge gefunden. Toll. So, meine Armee darf jetzt mal was tun. Und zwar darf ich den da aufhalten. Warum steht ihr da so dumm da rum? Hier sind zwei. So, ne? Oh, ich habe gewonnen. Ich bin immer wieder die Größte. Ich habe es einfach drauf. Also, war voll. Kann ich die schon öffnen? Äh. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht... Die kann ich dann schließen. Ach, verdammt. Das habe ich meine Armee abgewählt. Das war auch mal wieder eine ganz schlaue Version. Ganz schlau war die. Ganz schlau. Ah, okay. Nein. Was soll ich tun? Ihr seid drei und du gehörst auch dazu. Nein. Er hat keine Chance. Volles Opfer. Mein Bogen für die Rune. Ich habe es gesehen, wie ich noch voll ungebolzt habe. Weil wir... Ich bin voll mächtig. Ja, bleibt stehen, ihr Pfeifen. Ich glaube es einfach nicht. Es ist so ein bisschen scheiße, dass es hier keinerlei Portale gibt. Okay, hier haben wir oben. Okay, dreht wieder oben. Ihr macht das jetzt, oder? Ich muss das bei dem Pass hier zusperren. Was willst du denn jetzt? Aber da kann ich sie nicht hinstellen, aber da kann ich sie hinstellen. Geh sterben, du Kackkügler. Ich prügel dich um. Wenn ich den mal treffen würde. Betrifft keiner keinen. Sehr gut. Oh, und der ist eingefroren. Oh, und schon wieder eingefroren. Ich würde mich voll ankotzen, wenn ich du wäre. So, hier geht es jetzt mal auf Eisenjagd. Eisenjagd. Wir jagen jetzt Eisen. Hier räumen wir auf. Gut. Mist. Alter, da oben ist auch noch was. Erlegg mich doch. Erstmal hier dicht machen. Okay. Du läufst mal hier hin. Na, ganz ruhig. Wir kriegen alles unter Kontrolle. Alles wird gut. Alles wird gut. Und ich mache nicht werden. Stein. Hier ist aber bestimmt irgendwo Stein. Stein. Steine. Die Hände. Dann spuckt man ordentlich. Gut. Alles wird gut. Alles ist gut. Nur kein Stress. Ich polze ihn wieder um. Und dann muss ich ihn mal durchmetzeln. Das wird jetzt sonst nichts. Jetzt greift ihn da an. Gut. 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 Alles wird gut. Alles wird gut. Dann kann ich hier noch ein Nahrungslager rein quetschen. Könnte ich nur. Quetsche ich dann den Bärensammler rein. Gute Frage. Nächste Frage. Wie ihr wünscht. Ich versuch's einfach mal. Das kann schon passieren. Der hat noch gestorben. Das kann passieren. Ich wollte erst mal die richtige Gruppe finden. Unverzüglich. Wie sie kommen die ganze Zeit. Hey Süße. Darf ich auch mal gucken. Wir brauchen einen Stein. Wir brauchen einen Stein. Und ein Glas voller Wein. Und noch ein Stein. Noch ein Stein. Noch ein Stein. Jetzt brauchen wir da mal einen Stein. Bruch mir die Jungs. Ich vertraue euch da. Ich vertraue euch da voll und ganz. Die Linien müssen halten. Dann. Ich weiß gar nicht wie meint. Das am dümmsten ist es nix wird. Das ist ein Hinterhalt. Nein. Schlag sie zurück. Ich mein doch. Aber die sind immer von mir. Also ein guter Halt. Die Linien müssen halten. Jetzt. Fließ die Reihen. Zu Befehl. Auf mein Kommando. Wo war denn? Ach der steht da ein wenig abseits. Abseits. Ich stehe da ein wenig abseits. Du mein Idiot. So ihr fördert Steine. Dann kann ich ja bald eine Mieder bauen. Schmiede brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich bauen. Ich brauche mehr Stein. Komm gib mir doch den Stein. Danke. Das hoffe ich doch. Ich bezahle dich schließlich nicht dafür. Kann ich wohl erwarten, dass du Leistung bringst, oder? Nahrungslager. Nahrungslager. Das Gebäude ist fertig. Das reicht nicht. Verdammt. So sei es. Wenn ich das Ding hier wegreiß. Dann könnte ich hier ein Nahrungslager hinpflanzen, oder? Ja, dann passt es. Wie ihr wünscht.